Schauen wir doch mal in den Orchesterraum rein und lasst uns so ein bisschen mehr über die musikalische Förderung an unserer Schule erzählen. Liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler, ich begrüße euch ganz herzlich hier am Johanna-Geismar-Gymnasium. Ich stehe hier gerade vor unserem Musikgebäude, wo wir zwei extra Räume haben, um Musik zu unterrichten. Neben der Weltklasse und der Regelklasse habt ihr nämlich die Möglichkeit, bei uns in Klasse 5 ein Blas- oder ein Streichinstrument zu erlernen. Und ich möchte euch heute einmal die Streicherklassen hier am Johanna-Geismar-Gymnasium vorstellen. Wir sind mittlerweile im Orchesterraum angekommen und ihr seht hier die Streicherklasse 5. Die Streicherklasse 5 spielt seit vier Monaten auf ihren Streichinstrumenten und wir wollen euch gleich mal vorspielen, was wir in der kurzen Zeit gelernt haben. Wir spielen euch den Hoedown. Die Streicherklassen hier am Johanna-Geismar-Gymnasium. Die Streicherklassen hier am Johanna-Gymnasium. Zu Beginn der Klasse 5 spielen wir erstmal nur auf den vier leeren Seiten und dann kommen nach und nach alle Finger unserer linken Hand dazu, sodass wir dann am Ende von Klasse 5 alle Stücke spielen können, die wir spielen wollen. Welche Instrumente ihr in der Streicherklasse 6 erlernen könnt und wie sich das Ganze anhört, wenn ihr mal in Streicherklasse 6 angekommen seid, zeige ich euch gleich bei den Sechsklettern. Ihr seht die Streicherklasse 6 jetzt. Die spielen schon seit ein, anderthalb Jahren auf ihrem Streichinstrument hier im Klassenorchester zusammen. Und welche vier Instrumente ihr bei uns hier lernen könnt, will ich euch einmal kurz vorstellen. Das wäre einmal die Geige. Dann die Braten. Das Cello. Und zum Abschluss der Kontrabass. Jetzt wollen wir uns einmal die ganze Klasse anhören. Wir spielen einmal für euch den March von Robert Frost. Und zum Abschluss der Kontrabass. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auch ein Streichinstrument in der 5. Klasse zu lernen, dann würden wir uns freuen, euch nächstes Jahr auch hier am JGG begrüßen zu dürfen. Wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt oder gerne noch mehr über die Schule wissen wollt, laden wir euch ganz herzlich zu unserem digitalen Informationsabend am 16. Februar um 19.30 Uhr ein. Wir freuen uns auf euch. Tschüss!